Hallo und Willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Ja, wir sehlen mal weiter hier. Ziemlich weit weg. Mal gucken, wo wir hin müssen. Da sind wir her. Ist da irgendwas in der Nähe, was wir schon entdeckt haben? Nein. Einzige, wo wir waren, war hier. Nun gut. Unentdeckter Ort. Öffnet die Hauptsegel! Na los, hoch die Segel! Da müssen wir lang, ne? Ja. Ja, ein bisschen drühen auf jeden Fall noch. So, von vorne! Was kommt da von vorne? Was kommt da von vorne? Was sagt dieser Franzmann? Ein paar morgens schnee? Eis unter drei. Wie kann in diesem Eiswasser irgendetwas überleben? Gute Frage. Gute Frage. Was ist das hier? Das kann nur die Sapphire sein. Niemand weiß. Oh, das seht ihr durch die Felsen aus. Oh, das ist Eis hier. Okay. Aber hier müssen wir auch noch parken können, oder? Dann können wir auch mal das Fraktormenge untersuchen. Wenn die Wetterhoots, stormy Wetterhoots, wenn die Wind fließt, wir sind alle zusammen. Und docken. Anker fallen lassen! Vorschriftmäßig einpacken hier bitte. Okay. Mal gucken, was es hier gibt. Gibt's sogar einen Do. Aber das? Jetzt macht man das eingestüßt, oder? Da oben ist das Ding. Das heißt, dann lassen wir jetzt irgendwie hoch. Ist das eine Truhe oder was ist das? Ne, ist keine. Okay, wir sind noch sehr weit davon entfernt. Und da aus komme ich so nicht hin? Nein, nein, nein. Was machst du? Natürlich erfriert ihr hier, ne? Geh doch mal irgendwo hoch. Kannst du da nicht hoch oder sowas? Ne, ich glaube, wir müssen sowieso dahinter. Kannst du mal hochgläten? Wer ist jetzt immer da? So freundlich hier. Ich war da nicht hoch. Ich werde da nicht hoch. da ist der hauung was ab hier okay da hinten ist er trug wo hier naja und ein baubladen haben wir ja auch der war nicht nur noch was unwichtig sondern hier eine eisbär ok gott der baubladen ist da oben glaube auch nicht dass man hierhin kommt ich denke eher dass wir hier irgendwo müssen und da ist auch noch eine drübe ich weiß nicht was du manchmal springst ich will ganz woanders hinspringen das hier da ist eine montur drin sie müssen alle templar religien sammeln gegenwärtig haben sie null ehrlich das sind die schatzkarten vermutlich da bin ich begeistert ok bekommen hoch aber ich glaube hier ist immer nicht richtig ich muss irgendwie nein nein du kannst du mal das machen wir das was ich will ich will doch bloß auf das holz ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier Was ist denn? Da kommst du jetzt wieder nicht hoch, oder was? Ich muss da irgendwie da rüberkommen. Da kommt einer hoch. Okay, so weiter gut. Der Bauplan ist da drüben. Und dann schwere Kanonenkugeln? Okay. Und das andere Zeug ist, glaube ich, da drüben. Die Templerkarte. Irgendwie hängt jetzt dann hier noch was. Sehr schön. Jetzt, wenn er halt einmal hoch- oder rüberklettern würde, wäre ich auch froh. So, da haben wir die nächste Kiste. Und hier ist die letzte Truhe. Und da ist die Templerrüstung. Das ist das, was wir gerade vorhin entdeckt haben. Da komm ich so nett hin. Was macht er jetzt da? Die Schuhe zu binden, oder was? Und natürlich ist der Eisbär. Knallkirch. Nee. Knallkirch. Und sind wir das auch bei Tieren? Ah, das ist zu weit weg. Okay, wie komme ich da hin? So ganz war das nicht geplant. Naja. Ein schläfern geht das. Das ist zu weit weg. Also, glaube ich zumindest. Na, alles. Gut. Jetzt müsste ich den doch töten können. Was? Ich kann doch gleich häuten. Der schläft doch bloß. Lebendig gehäutet. Und somit haben wir schon mal Eisbärenfell. Ja. Nicht übel, nicht übel. Kann ich da eine Schnellreise? Natürlich nicht. Ich muss aufpassen mit dem Wasser. Sonst zerfriert mir der Gude. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Da war auf jeden Fall was entdeckt. Und jetzt haben wir hier eigentlich offenes Gewässer und ein Grau raus. Das Eis hält uns nicht auf. Na Gott sei Dank. Oh, das ist ein fettes Schiff voll aus. Uh. Was ist denn das hier? Ein Fragment? Okay. Ja, da habe ich schon abdreht. Sorry. Okay. Aber das nehmen wir mit. So, Platz da. Jetzt kommt mal ein Matzner. Müsst du jetzt hier rumkämpfen oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. Hey, hey, hey. Ich habe hier Vorfahrt. Gib mal Gas. Oh, was? Wir müssen das hier machen. Muss ich das jetzt beschützen? Keine Verbindeten. Ach, das sind meine Verbindeten. Ich muss dir helfen. Okay. Hier haben wir unsere Aufmerksamkeit. Was, die wehren sich? Sonderscheiß hier. Feuer! Ah, da ist er nicht mehr viel. Ich sehe nichts. Feuer! Wir haben uns getroffen. Ach, wirklich. Schadensbericht! Ich kann auch gleich sagen, was da Schadensbericht ist. Wir arbeiten dran! Feuer! Also, einen Schadensbericht. Wir haben die mal. Sie will zu NASA! Festhalten! Feuer! Sie geht unter! Feuer! Mission starten. Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Jake Hormack, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegsliste aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl. Eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Lewisburg. Die Franzosen planen ein Überraschungscrew gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Lewisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also, was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormack? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Das sollte ich wohl, Captain. Was? Mein Schiff ist gut? Bloß waren jetzt 36 Kanonen mehr, oder was? Los. Pro Seite. Wolf, Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Ihr findet Interesse am Kriegsschein? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Okay, davon ist ein Schiff. Wenn es nicht so viel Nebel wäre, wäre es vielleicht mal ein wenig interessanter, dass man mal was sieht. Oh, oh. Ich kann jetzt so weit schießen. Fein voraus, Sir. Ein Schiff. Sie dürfen nicht durchkommen. Wir müssen diese Schiffe stoppen, Captain. Der Ausgang des Krieges hängt davon ab. Okay. Das wird doch erstmal rum hier. Das wird das kleine Schiff hier erstmal. Wir müssen die Mörser abfeuern, Captain. Aber, schau mal, ne? Oh, ja! Gut, erwischt. Ach, der ist schon Skull in Bronze. Oh, Gott. Brander, falls Sie durchbrechen, vernichten Sie unsere Flotte. Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das, Schiff, Sir. Es ist die Experto Credle. Adewale. Ist das was Besonderes? Ich hoffe Ihnen, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht. Wir müssen diese Brander loswerden. Feuer, Zeichen, Feuer! Er startet Sie. War versenkt? Neue, Brander! Ach, du Scheiße. Feuer, Feuer! Wir sind zu weit weg, ne? Feuer! Ich mag's. Feuer! Mach die Mörser-Clashé. Nein, den ich vertraue nicht. Komm, komm, komm. Kanonen-Ready. Wir sind genau in Ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort. Noch mehr Feinde, Sir. Was ist die da? Es ist hoffnungslos. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Wir sind nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Ja! Ja, komm, Sir. Komm, komm, komm. Wir sind vorausgeladen. Ja! Passt fertig, Sir. Scheiße. Wir sind genau in Ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort. Ja, die sind gar nicht so einfach. Die laden nicht so schnell, ne? Nachher hätte ich ausweichen müssen. Noch mehr Feinde, Sir. Und weitere Brander. Es ist hoffnungslos. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Vielleicht, ja. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Ja! Feuer! Wir sind fehlgehört. Und wie ist das, Rasse? Reiß, Captain! Mauser! Ich kann das nicht drehen. Feuer! Wir sind genau in Ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort. Komm! Feuer! Feuer! Feuer, meine Hande! Ja, ich hab andere Probleme hier. Wir können nicht Feuer! Sie feuern eine Salve! Würde ich gern. Bleibt außer Reichweite, Captain! Nauser! Sagt was so einfach. Feuer! Dreh, 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 Dreh! Komm, 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 komm! Feuer! 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 Ei, 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 das ist gar nicht so einfach. Ich sollte mal eine andere Taktik machen. Weil die kommen hier links und rechts. Und weiße, der Brander! Es ist hoffnungslos. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen! Ja! Feuer! Verdammt! Hört den Kappen! Wollen wir drauf noch? Feuer! Hört den Kappen! Feuer! Achtet auf die Kappen! Lasst euch nichts gefallen! Feuer! Feuer! So, mittendurch war ich immer schlecht. Deswegen bin ich jetzt links rum. Das war schon wesentlich besser. Feuer! Feuer! Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormack. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Kriegsschirr. Ja, ja. So wie der ältere Washington. Und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Er und Weeks haben sich nie verstanden, wisst ihr? Falls ihr mein Gewissen auf die Probe stellen wollt, dann ist es euch gelungen. Wir leben in Kriegszeiten. Aber für uns ist immer Krieg. Okay, das wird wahrscheinlich... Ich wollte sagen, das wird hier jetzt wahrscheinlich ziemlich kalt. Und da her darf man jetzt allzu viel im Wasser bleiben. Ja... Eigentlich finden sie ihn drohen. Hier, oder was? Bisschen Tabak. Was gibt's denn noch? Äh, ja. Das ist schon die Grenze hier. Er war ein alter Grießkram. Ich muss euch sagen, ein andermal... Warte mal. Ja, ein andermal. Lass mal gucken, wo wir hin müssen. Äh... Das ist unser Ziel. Wir müssen quasi wieder raus. Oh, da gibt's ein Weißmal. Ich schau bloß, ob da was wäre von Interesse. Ja, und das finden wir schon raus, wenn wir da... Was ist denn das? Hat jetzt ausgeschaut wie ein Känguru. Aha. Was zeigt eigentlich da an? Nichts mehr, weil da war ja das... Dingens versteckt. Was haben wir hier? Unentdeckter Ort. Okay. Okay, machen wir auch schnell neu sein. Das muss ja funktionieren. Der Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es. Ich weiß. Aber es ist... Seine Schande... So wie der ältere Washington. Und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch. Das ist ziemlich weit. Das ist unter meiner Kontrolle raus. Oder wo das grün ist und das ist rot. Das ist sehr gut. Ganz schön weit hoch. Irgendwas in der Nähe. Da oben. Na, na. Ganz schön weit hoch rudeln. Hier wäre halt was. Was darf denn denn heute sein? Aber vermutlich haben wir nichts gekriegt, ne? Oder ja. Nee. Und Kohle könnt ihr natürlich auch brauchen, ist klar. Mach doch keinen Scheiß jetzt da. Kannst du nicht nochmal laufen? Ja, freut euch nicht so sehr. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen guten Kuss. Ich glaube, das war hier rechts oben rauf. Ja, das nehmen wir auch mit. Ja, oder? Oh, das ist aber ein doofer Kuss hier. Aber naja, was würdest du denn machen? Könnt ihr da noch durch? Das war alles ja besser. Oh, gib Gummi. Noch singen sie? Oh, poor old man. And if we don't ride him again. And we say so. And we know so. And I'll ride him till the top- und framsegel. Großsegel setzen. Ja, das ist schwer. Hier schnell durchzusteuern. Moment, das vor uns hätten wir noch schon gehabt, oder? Ah, nee, das ist das Ziel, was er da hat. Wind kann Zähne zeigen. Da hätten wir einen Ort. Da können wir mal gucken, ob es da was Vernünftiges gibt. Füllen sie alle Ziele um die. Okay, da haben wir ein bisschen was zu tun. Hör doch mal auf mit einem Blödsinn, das du reinmertreibst. Aha. Das gibt's aber auch nicht jetzt zu tun. Blöd Mann, komm mal rüber. Komm rein hier. Ich? Halt! Ich? Oh, der kommt doch bestimmt hoch, oder? Und da geht auch wieder. Nächster. Hallo. Der wird jetzt mal zu euch. Oh, der Klammer muss nur alles. Oh, was ist mit dir? Du musst doch pissen oder was. Wer meint? Wann die da? Du bist ja. Ah, ich muss mal kurz deren Zähne. Kein Tümer. So, ich muss mal kurz deren Zähne. So, der Umbringer. so haben wir da hinten irgendwie was ich muss schon dadurch und ich habe ja schon fast alle umgebracht du machst die jahre frische prise das kriegen wir neben dem brach tschüss achten die da ist zerstören die ist kaputt tschüss auch du musst gehen hier ich nichts verstehen als länder guckst du so schön verarschen ich habe den verstanden überlegen wir gerade den turm da einzunehmen ich brauchte ja keiner dann haben wir da wechseln zum einen überblick da ist doch irgendwie was verboten ein brief das ist denn irgendwo geist da haben wir auch noch was im wohnstand sehr schön da drüben ist auch noch Ruhe wo ist dies vermutlich oben da geht es da irgendwie rum cool da haben wir noch nicht Ruhe das kann man auch nicht machen weil wir müssen erst einmal das Ding da lösen aber eigentlich haben wir schon ziemlich alle abgemurkst wir müssen einfach ein paar einzelne hey wo geht es denn hier zum Offizier ja ja was geht ok die haben sie gegeben und es gehört uns oh es gibt sogar ein bisschen Ressourcen äh ich war immer noch dabei ein bisschen was zu sammeln und da ist noch ein Glied und da ist noch ein Animus Fragment äh ich glaube das war hier nicht so ganz richtig aber ich glaube hier hinten kommt immer hoch au wenn wir schon hier sind dann kann man das auch noch ganz klären das haben wir dann ist hier ein Glied das Lied ist das Lied ist hinter mir ne 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 oder Nein, da ist ein Fettsband, da komme ich überhaupt nicht durch. So, mal schauen. Das war schon ein richtiger. Ja, jetzt hat man hier praktisch hier die Drohne noch. Und dann können wir einen Assassinen abfangen. Vom allerersten Mal haben wir es ja doch irgendwie blöd angestellt. Scheiße, den wir mal gehen. Au! Aber das Kreuz schießen, das kann nur nicht meinen. Ja, ja, ich habe keine Zeit. So, da ist er Taub, hier. Wo sind die jetzt hin? Ach, da drüben ist er. Langsam der Tauben hier, ja, ja, klar. Die ist weg. Muss jetzt die blöde Einblendung sein, ja. Langsam nähern. Die muss ich killen oder was, oder wie? Naja, das ist mal ein... Hä? Hallo? Hallo? Was warst du mir jetzt? Was war denn das? Ist das jetzt Rache für irgendwas? Ich verstehe es nicht. Ist jetzt die Taube natürlich weg, oder was, oder wie? Ich weiß einfach mal mehr jetzt, wo ich bin. Jetzt hat's den Spielstern wieder irgendwas geladen und... Nee. Ich bin wieder da unten. Ja, aber das Gesammelte ist ja da. Wieso, dass ich jetzt da unten bin, weiß ich jetzt nicht. Also, das war jetzt ein bisschen... weird. Ich kann's gar nicht anders sagen. Ich weiß ja, wie immer, als wenn ich da... Fünf Flaschen Wein, oder so, gesoffen will. Ich glaube, wenn ich es noch gesungen hätte, »I believe I can fly«, oder so, »UHUH«. Oh, sowas jetzt alles geht. Ja. Aha, das probieren wir nochmal. Ich habe keine Ahnung, das ist derjenige, wo man verteidigen muss. Bleib stark! Das ist eine gute Grunde, um den Weg zu lösen. Also, du bist doch ein richtiger Kontergarn, was das Springer momentan angeht, oder? Da ist einer, oder? Oh, shit, dachte ich kriege das mit. Ja, jetzt mach eine Pause da drin, hast du recht. Kannst du da später das einen Tee holen, oder? Eigentlich hätte ich da drüber gesagt. Da hinten ist er. Ja, bringst du jetzt um? Da ist der andere da oben, wie komme ich zu denen hin? Ja. Keine Ahnung, aber ich kann da hochklettern. Ja, ich weiß desto weh. Okay. Wo ist der jetzt gewesen? Ja. Kletter halt hoch. Was machst du denn da immer? Okay. Was ist denn so'n Scheiß jetzt? Was? Drei Mann muss er noch killen. Da hinten? Da hinten? Ja. Da hinten? Einer noch. Das ist eine gute Frage, um die Linie zu ziehen. Oh, spinn ich denn? Da ist er doch. Wie komme ich denn zu dir hoch? Ja. Dieser Krieger hat meine Unterstützung. Wenn nur in Spirits. 50 Sekunden. Ich schaffe es. Nur noch ein Spielabsturz kann dich retten. Du warst das nicht, ne? Dachte ich mir schon. Wo ist denn der jetzt? Du bist das doch auch nicht, oder? Wie komme ich denn zu dir hin? Ah, jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Das ist eine Tolle. So. Jetzt brauchen wir bloß noch das hier. Ähm. Da kann ich doch runter, oder? Nein. Doch. Alles gut. Okay, dann müssen wir doch bloß noch da hoch. Irgendwie. Kann ich das aber scheiß ausmachen? Ja. Und warum gehe ich nicht da hoch? Keiner weiß es. Jo, wir haben hier alles. Das heißt für mich. Ab Richtung Schiff. Äh. Das Schiff ist aber ganz woanders. Kann ich eine Schnellreise zum Schiff machen? So weit ist das gar nicht weg. Okay. Sehr schön. Ich buche mal die Kohle von der Bank. Und gebe das mal ein wenig für was Sinnvolles aus. Mal schauen. Wir feiten ja mal ziemlich viel. Vielleicht können wir da schon mal... Oh ja. Das haben wir gerade. 3, 2, 2. 4. Was? 3, 4, 4. 4. 4, 3, äh 4. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. Dann sehen wir uns sicher in der nächsten Folge wieder. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich habe das Ende des Weges erreicht. Die Luft ruht still und ich, ich bin ein Jäger. Die Jagd hat mich in die vergessenen Winkel dieser Welt geführt. Die Zeit vergeht, zieht mich tiefer hinein ins Dunkel, wo ich die Wahrheit fand. Dass meine Erlösung in der Asche liegt. Dass ich die Vergangenheit ausbrennen muss, um die Dinge zu richten. Einst ein Assassine. Heute, ihr Verfolger, muss sich jene vernichten, die ich einst Brüder nannte. Die Luft ruht still. Und ich, ich bin ein Jäger. Ich bin ein Jäger. Ich bin ein Jäger. Untertitelung des ZDF, 2020